Alles klar, hat sich zwar in der letzten Folge gestern schon verabschiedet, okay, heute nochmal. Und ich hoffe, man kann das beim Rezept lesen, ne? Meine Mutter konnte es nicht. Ist ein schlechtes Zeichen. Ich kann keine Rezepte lesen und ich kann es einfach. Ich bin auch eine richtige Frau. Entschuldigung, oh mein Gott, Entschuldigung. Was? Was? Es gibt falsche Frauen? Ja, tschüss, Schatz. Tschüss. Tschüss, Mr. Reischer, tschau. Let's do it. Ich wollte gerade unbewusst seine Mutter beleidigen. Nein, das hast du nicht. Ösi, bist du noch da? Nein, er ist weg. Warum ist der bei mir noch angezeigt? Der ist bei uns raus aus dem Code. Ah, ich gucke auf die falsche Seite, ja, alles gut. Bei Gebrauch des Zielfernrohres wären Geräusche in Sicht weiter besser hörbar. Hä? Okay. Boah, ich habe überhaupt nichts zu trinken. Ach, Mann, kacke, ich hätte mir jetzt was zu trinken holen können. Ich habe nur noch zwei Schluck. Mehr nicht. Weil werde ich ziemlich weiter verdursten. Irgendwer schreibt mir jetzt. Äh, jetzt wo es anfängt. Ist doch meistens so. Curry. Mein Handy eskaliert gerade auch vor sich hin. Ich habe es schon auf stumm gestellt. Curry. Ja, das weiß ich. Ist das jetzt die kleine oder ist das die große? Müsst ihr doch wissen, ob ihr oben gespawnt seid oder nicht. Weil wir sind nicht oben gespawnt. Oh, jetzt wollte ich schon wieder auf dich schießen. Das nächste Mal ist es mittlerweile gewohnt. Ja, Curry ist, oh, ist für mich mittlerweile nur noch Gegner hier. Curry ist für mich... Ja, ich habe so lange mit im Müsste Reichert. Pass auf, C-Pied kommt. Kann ich das auch auf dem... Ah, ich kann das auch auf dem Handy lesen. Ah, Müsst, da war ein Zombie hinweg. Habe ich scheiße geschossen. Hast du wenigstens jemanden schon gekillt? Ja, klar, Frank. Curry habe ich, glaube ich, ein, zwei Mal getroffen. Aber der Gemma ist noch heile. Du hast mich nicht getroffen. Da habe ich alles in den Zombie reingebrezelt in die Füße. Was für ein Eck hast du dich denn schon wieder verbrochen? Hier ist nichts. Ja, find mich mal. Das finde ich gut. Ich meinte gerade den Zipid, wo er sich wieder verbrochen hat. Die muss ich sowieso finden. Da habe ich keine Ahnung. Oh. Ah, vielleicht habe ich doch eine Ahnung. Was du mich jetzt gesehen hast. Die meisten Süftungsschächte haben immer irgendwo noch ein Gitter, wo man durchschießen kann. Ja, wir hätten jetzt gewonnen. Ich habe gerade nicht geguckt. Wir haben gewonnen, ja. Ich nicht. Ich habe keinen geholt. Doch, dir einen Hund. Was? Scheiße, hat man das jetzt gehört? Ja. Oh Mann, mach das schon extra so leise. Das hat sich Sorge gehalten. Ja, genau so. Äh, was? Oh, scheiße. Und das zweite Mikro, das verstärkt so schön. Ich muss das Ding auch nicht reinhalten direkt. Was? Wo rein? Der Sieg ist nahes. Er ist markiert, er rennt weg. Er rennt in deine Richtung. Boah, genau in die Arme. Und die haben mich jetzt aber auch eingekeilt. Die habe ich auf dem Boden liegen gesehen. Wie er einfach BSA auf seine Dings draufstehen hat. Er sieht ja nicht mal was. Er hat gerade mitgeschossen. Ja, ich versuche den Kack runterzukriegen. Ich weiß nur nicht, wie. Du musst einem... Ach. Der zeigt dir irgendwann an, dass du K drücken musst. Da kannst du das entfernen. Machen wir ja. Ne? Ja, sowieso. So. Komm mit. Schnell. Wir sind hier vorne rechts. Curry, hinten rein rushen. Höh. Nein! Ja, nur noch du und ziepid. Prinzess und ich haben uns gegenseitig getötet. Das hatte ich befürchtet. Das hinkst du, als hättest du Angst. Nein. Ich habe einfach eben irgendwann ein rotes Face gesehen und so habe random aufs rote Face losgeschossen. Das war Reflex. Okay, ich mache mein Face jetzt blau. Diese Farbe der Aggression, wie so bei Stierkämpfen. Ey, ich habe dir vorhin zu den Siegen geholfen, als wir jetzt noch gegen Ösi und Dings spielen. Ja, das finde ich auch sehr gut. Aber jetzt, wo wir gegeneinander spielen... Ich habe heute beinahe meine Mathearbeit vollgerotzt. Das war widerlich. Das war widerlich. Das war widerlich. 5 plus 5 macht nichts. Oh Gott, hilf mir. Alter, manche Witze von ihm tun schon weh. Aber irgendwie muss man trotzdem lachen. Wir sind anscheinend auf der linken Seite. Hm. Hi. Wen hast du erwischt? Oh, das war diesmal der Frank. Das war Vanessa. Ja, ich wollte gerade sagen, nach der Aussage war es schon klar, wie du erwischt hast. Zipides Traitor. Ich höre ich auch schon. Ja, irgendwo. Der müsste auf der anderen Seite sein. Viele anderen Seiten gibt es doch gar nicht. Auf viele andere Seiten gibt es doch gar nicht. Da ist er. Scheiße. Ich wollte gerade sagen, ich bin auf der anderen Seite der Map hier. Ich habe das Tor wieder zugemacht, was Frank aufgemacht hat. Ich wollte ihn jetzt eigentlich in meine Richtung locken, weil ich hatte ihn vorne gehört, aber ich dachte, wenn ich jetzt Sache auf der anderen Seite... Vorne gehört und hinten gespürt, ne? Dass er dann den Grundgedanken hätte, wir wären auf der anderen Seite, weißt du? Aber das kenne ich. Ich habe es dir, Piet, auch schon öfter mal vorne gehört, hinten gespürt. Das ist echt schlimm bei ihm. Was? Ja, da bin ich schnell drin, also. Vorne gesehen, hinten gespürt. Ja, da bin ich schnell drin. Oh, das tut weh. Da frage ich gar nicht erst mal. Oh Gott. Ja, schön mit Vogelsand eingerieben. Was? Andere Karte. Ich will Dorf. Ich will die Villa. Dorf. Ich muss mal eine Maske blau machen. Was? Du musst deine Mappe voll machen. Maske blau machen. Ach so. Vanessa schießt anscheinend auf alles, was rot ist. Das ist nicht gut. Im eigenen Team. Ich krieg's nicht. Ich krieg die Aufkleber nicht runter, das nervt mich. Ach ja, wer ist denn jetzt bei wem? Du und Vanessa. Vanessa, wir gewinnen. Die Vorredschance. Diese Experimente sollen ihre Teamwerkfähigkeiten testen. In kleinen Cent spielt jedes Individuum eine entscheidende Rolle. Was? Was sagt das nochmal? Sagt das Individuum nochmal? Individuum. Was hast du vorhin gesagt? Individuum. Könnte jetzt jemand sagen was? Ich muss mir das gleich mal in der Aufnahme angucken. Du hast irgendwas anderes gesagt. Schleif das gleich raus und dann so eine Dauerschleife. Also zwei Stunden Video. Individuum bin ich. Oh mein Gott. Danke. SEPIT, wie heißt nochmal der Ort, der nach Fisch riecht? Das ist nicht Marienal. Wie heißt der Ort, der nach Fisch riecht? Schlüpper. Ja, ich wollte, dass er Kanalisation sagt. Aber als ich gefragt habe, habe ich mich selbst gemerkt, wie dumm es ist. Oh Mann. Ja, das ist nochmal der Ort, der nach Fisch riecht. Nein, ich hatte keine Waffe mehr. Ich musste nachladen. Ja, aber er hat keinen Gemma mehr. Also Zipit wird gleich gefressen. Gut. Schmeckt bestimmt super. Das hat er wieder, Gemma. Mein Gemma. Ich würde eigentlich so gucken, wie du gefressen wirst. Oh, 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 oh. Feind, Feind. Oben, unten, links, rechts. Wusten, Moment. Bei mir, bei mir. Andere Seite, andere Seite, andere Seite. Ja, ja, ich will nur den Zombie empfehlen. Pass auf, er kommt, er kommt, er kommt. Ah, scheiße, war Curry auf der anderen Seite noch. Ja, aber komm, die Runden werden länger jetzt. Und jetzt. Aber, ich habe eben schon wieder ein rotes Face gesehen, also. Einfach drauf. Du lachtest nur noch rote Gesichter, ey. Schieß auf alles, was kommt. Oh, warte, warte. Warte. Das ist ja echt geiße für uns Männer. Schieß auf alles, was kommt. Okay. Oh, warte, die sind schon da. Schieß auf alles, was kommt. Die sind schon gekommen, pass auf. Einer ist unten an der Leiter. Ja, ich gehe doch oben. Ist markiert. Nein. Ist tot. Einer hockt dahinter. Der hockt da genau um die Ecke, vorsichtig. Vielleicht wird er ja gefressen. Ah, Mist. Ich wollte ihn fressen lassen. Oh Mann, ihr seid so fies. Not over yet. Ich habe mit der Pistole versucht. Schillt vor das Gesicht und dann mit der Pistole voran. Ich habe vom Zombie erstmal den Arm weggeschossen. Ich habe null Kills, aber zwei Tore. Das ist nicht ein E6, so geil, wo du die Zombie so richtig durchlöchern kannst, ey. Ach ja, was wir jetzt machen? Ich nehme jetzt die Pistole. Warte, genau hier warten. Bin ich dabei. Ich auch. Erstmal ein bisschen Pistole leveln. Oh Mann. Boah, Mist. Pass auf, pass auf. Dining room. Ich war hinter der Ecke, der kann mich unmöglich getroffen haben. Ich habe den Kopf gesehen. Wallhack. Du musst aus dem Winkel denken. Ey, wofür ist man in der verfickten Ecke in der Deckung? Ich war schief von dir. Wenn ich jetzt gerade gewesen wäre, also den Flur gerade entlang und nicht schief dir gegenüber, hätte ich dich nicht getroffen. Wallhack. Wallhack. Okay, okay. Nächste Runde wird besser. Ach, ist doch egal. Macht Spaß, das zählt. Sehr viel Spaß, muss ich auch sagen. Beste Spieler. Cepi, 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 okay. Weißt du, da holt er schon die meisten Kills, um noch so 30 einen Assist abzuziehen. Will eine andere... Nein. Äh. Ja, nee, hier. Nein. 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 Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Oh, warte, Polizeistation sieht auch gut aus. Mal gucken, was er wählt jetzt. Das hatten wir vorhin auch. Warum habe ich BSAA und ich werde es nicht los? Ähm, ja, jetzt ist es eh zu spät. Nee, gerade auch nicht. Gerade auch nicht. Oh. Cepi. Das ist ein schönes Team. Ja, wir sind so grüßig. Ich habe mich rot angezogen, sie trifft also nichts außer mich. Tod. Oh, wie schade, dass ihr ein Teamkill nicht geht. Dann ist er noch zwei Meter tot. Rot. Bf, bf, bf. Rot. Bf, bf. Ich würde jetzt doch jetzt nicht erschießen, wenn du in meinem Team bist. Was denkst du von mir? Es wird gerade gesagt, du schießt auf alles, was rot ist. Ich wollte damit vor allem nur sagen, dass rote Faces provokant sind. Aber gut. Ich werde trotzdem nicht auf sie schießen, wenn du mein Team-Mate bist. Sie schießt doch auf Indianer, die Erbsen. Die schießt auf alles. Das Mensch geht jetzt gleich los und ihr seht einfach nur so ein Feuersturm auf mich die ganze Zeit. Sie markiert einfach mal eine Position. Jetzt falle ich um. Ich schmeiß direkt eine Gemma auf ihn. Ihr habt Gemma dabei? Nein. Nein, ich meine, Vanessa. Hi, Curry. Ja. Sie sind wohl für Großes bestimmt. Ja, wir haben Glück gehabt jetzt. Wie bei mir jetzt gerade die Sprachnachricht nochmal kam am Völlerkorb. Das hab ich gerade gedrückt. Ach so. Ja. Guck ich sagen, what the fuck. Hört ihr auch dieses bwu, 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 bwu? Ich hab jetzt gerade nur dieses am Völlerkorb gehört. Und ich finde, ich kenne die immer noch total schlecht. ja 5 oder gegenüber er macht sämt und brötchen scheiße ich hoffe ich habe euch gestorben bin da war da wo ich gestorben bin ja erst aus einer ecke vanessa war da wo ich gestorben bin und ist dann hochgelaufen nein nicht wenn der regen fällt jetzt wird es aber statistisch hier das war schon die ganze zeit statistisch hier was willst du du kriegst 3 euro wenn ich 3,50 krieg von dir ne warte mal wie war das würdest du mit mir schlafen wenn ich dir eine millionen euro gebe ja klar was für eine frage würdest du auch mit mir schlafen wenn ich dir drei euro gebe er für was hältst du mich eigentlich ja für was ich dich halte haben wir gerade geklärt wir verhandeln nur noch den preis vanessa huch wollte ich gar nicht drücken weiß ich nicht ich sehe auch nicht dass sie irgendein zombie oder so arm rempelt oder tötet ja sogar in game also ich werde zu gestalkt schreibt sich an oder was ja klar ich bin markiert jetzt genau lauf lauf laufen vorsicht rechte seite runter da ist linke seite davon hinter den linken dichter genau da ich bin immer so gezwungen die nachrichten mitzulesen jetzt auch damit schreibt doch mal hier er muss sich heraus haben es ging ja darum ihn abzulenken oh ihr habt ein teammate bekommen tanzu doch mal raus mit ihnen tanzu tanzu nagasaki wir können ja theoretisch wenn ihr gleich noch weiterspielen wollt die anderen modi spielen wird gerne noch ein paar folgen aufnehmen ja können wir machen ja vierer modi vierer modi sondern die anderen da und dem vierer ich weiß nicht da wird ein gedränge einer klettert die leiter hoch und das wäre cool was ich sage jetzt nichts mehr ich kann ja nicht rüber warum nicht weil das geld kostet mein arsch ist zu fett geworden hier rennt ein zombie ohne kopf rum ich habe jetzt das kopfkino vom vierer mit nur einer frau alter ja besser als das kopfkino vom ösi der kommt passt also nennt man das doch nicht eigentlich gangbang schon was ja boah alter mein herz du wichser 3 0 dann springt er da runter was auch dann lass uns hiervon noch eine machen dann habe ich noch einmal eine folge voll und dann können wir noch die nächste anfangen wir können auch einfach schnell rüber wechseln wenn ihr wollt können wir auch über renke zu rüber ach wir sind wieder vier wir sind wieder vier wir sind wieder vier wir sind vier der ist wieder gegen der ist vom zombie gefressen worden glaube ich ne der hat sich nur gedacht oh man ist ja doof hier ja lass uns eine runde so noch machen und dann lass uns mal eine andere modi testen dann kann ich auch dafür eine neue aufnahme anfangen boah meiste kills schön höchster punktbestand ey dass ich aber eine assist habe heißt dass äh vanessa mindestens einen kill hat ja oder du hast mir den assist gegeben ja natürlich easy ich assistiere dir indem ich auf einer kreuzfeuer laufe genau kannst doch mal ein bisschen nett sein und aufhören mich über dinge zum nächsten mal zu zu spammen über steam über steam alter spammt der mich jetzt zu ich denke was geht denn jetzt ab aber was sagt denn meine kd 1,29 alter die hat sich verdoppelt sorry ja ich dich auch ich hab's gerade noch aus dem augenwinkel gesehen alter kd 1,29 hey 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 bin ich in völliger euphorie erstmal gegen das mikro gerollt hier aber was für kd 1,72 1,29 1,29 1,29 ich dachte da stand kd 0,79 ne 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 ich war vorher auf 0,68 jetzt war auf 1,28 ah ok vielleicht war 1,72 oder 1,79 seine dings äh siegniederlagerer genau die ist höher als cpc ja ich war ja auch die ganze Zeit mit dem österreicher wir brauchen noch andere spiele wir brauchen österreich taugliche ui der spielt aber kein minecraft hat er gesagt nein österreich taugliche ja schere scheinpapier ja oder wie verkacken wir den grand prix ha 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 was kein aufgedeckt okay einer ist hinten unserer Seite Scheune der andere ist bei denen an der Scheune kannst du mal aufhören die Position hier zu verraten ich frage mich woher er es gerne wissen würde ich brauche keinen Stalker so weg mit deinen Jammer obwohl doch ich hätte ganz gerne einen Stalker ey wie hast du mich aus der Deckung getroffen shit also manchmal ist das echt ein bisschen buggy stirbt doch einfach der ist da oben ich weiß nicht ob sein Jammer noch heile ist ja ist er cpc rennt grad wahnsinnig durch die ne er liegt da oben am Haus der Sieg ist nah wieso der Sieg ist nah hau ab Vogel sehr schön er war zwar nicht rot aber trotzdem gut geschossen ja der kack Vogel alter welcher Vogel ich weiß nicht die Kree hat gar nicht mehr aufgehört auf mich einzupicken ich hab den auch nicht weggekriegt unsere Leistung ist ungenügend das war sie vorher auch schon ich sehe erst die peter der Scheune seit Jammer kaputt schießen sich den anderen an der Scheune boah meine KD geht schon wieder runter ja ich kann auch auf Sachen schießen die nicht rot sind ja ne ja die Panisch umherlaufen weil sie von Vögeln attackiert werden Vögel sind schon echt miese Tiere schimmig dir aber zu Sipid ja das ist echt kacke Vanessa wurde aufgedeckt nicht gut das ist glaube ich mein Todesurteil gleich oh wer war das denn wieder Alter Vanessa Vanessa ist im Turm nein ne Curry der rennt nämlich gerade raus er war gerade auf dem Dach gegenüber super er ist im Turm er hat mich erschossen und im Turm ist er schön er geht jetzt im Turm hoch ich dachte ich hätte Vanessa getötet dachte ich auch das hast du nicht getötet ich hab mir einen Jammer gefickt das ist alles achso ja gewann easy Alter das glaube ich jetzt nicht wieder so ein scheiß Vogel alter ach ist doch egal ich bin für dich Vanessa die Vogelflüsterin Vanessa ist halt gut zu vögeln und das in Kombination mit dem kommenden Ösi so jetzt haben wir sie ganz aus dem Konzept ich glaube sie mag das ja ich glaube sie fährt da voll drauf ab ich glaube ich ich komme gleich das steht auf dem Grabstein von Jungfrauen ungeöffnet zurück oder ich komme nicht rein doch ich habe keine Ahnung wo ich bin huah ich bin tot ich habe überhaupt keinen Plan gehabt wo ich bin ich kann es dir sagen in unserem Haus Curry ist in der Nähe vom Feuer Curry ist jetzt am Feuer psscht keiner mag Verräter true ah da werden wir jetzt halt sterben wo ist es weg untergetaucht schluck 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 vernichtet vom Imperium Vanessa Vanessa wer von der Granate genau mach mal oder schieß auf was nein mach doch mal komm zeig mal wo du bist ah Vanessa ist im Haus neben dem Turm das Haus ich würde jetzt ich würde jetzt gerne was sagen ich würde jetzt gerne was sagen aber dann verrate ich deine Position weil du bist gar nicht mal so falsch ich weiß wo sie ist boah schluck 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 ich wollte hier nichts tun ich wollte hier nur ein bisschen in die Eier schießen Curry ist genau an der Stelle ist auch an der Stelle geht jetzt ans Haus ja jawoll ja ich wollte eigentlich Vanessa helfen ich dachte nämlich du wärst schon eine ganze Zeit hinter ihr aber ich hab das Gebiet abgesucht hatte ich nicht gefunden ja dann das war knapp schade würde ich sagen wir beenden die Aufnahme erstmal genau und wir machen dann mal ein paar andere Dingsbums Gierchen wie heißt das noch äh Game Mods Modis genau ja die anderen sind alle gemischt jetzt aber das Schöne das könnt ihr erst morgen sehen Ciao mit V